Hier kommt ein Kaffee, da hinten. Da kommt man eine Foto, die sind nach der Straße oder so. Ja, das ist schön. Das ist einfach neben der Straße. Wie sitzt du da unten? Komm, du musst da noch näher. Ach, Saffeln. Da sind wir da oben. Alles, was du jetzt befindest, da sitzt man sich in der Straße. Jetzt einmal drum herum, in 30 Kilometer, und dann kommt man ein bisschen mehr, und dann kommt man ein bisschen mehr. Ja, das ist ein bisschen mehr. Ja, das ist ein bisschen mehr.